Der Emden-TV-Adventskalender präsentiert von der Sparkasse Emden. Hallo und herzlich willkommen beim Emden-TV-Adventskalender. Heute wird es ein wenig südamerikanisch. Sie kommen wie unser Sprudel aus Tergast. Anges Wedelnd und Martin Vogel. Sie studierte Musikerin auf vielfältigen Instrumenten, eher Pianist und ein wirklich gefragter Klavierstimmer hier in Emden. Und sie präsentiert uns von Astor Piazzolla Oblivion. Anges Wedelnd und Martin Vogel. Am 8. Amen. 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 Amen.